so die nehmen wir uns einfach mal packen sie mal dahin und konfigurieren die kriegt nix von unten bekommt saft du hast saft na gut ihr hattet vorher schon alle saft aber er bekommt nicht genug haben wir da was für konfiguriert die ist voll apropos hier hier sollte man mal wieder ein bisschen aufräumen hier sollten wir auf jeden fall aufräumen das müssen wir auf jeden fall mal machen weil das ist ja das ist ja kein zustand wie das hier aussieht klemmen wir das mal alles ab hier weil das müssen wir jetzt auch in die moment jetzt du und du und du so slice and splice werkzeuge raus maschine abbauen packen wir mal gleich mal in hatten wir hier nicht irgendwo eine maschinenkiste da haben wir eine maschinenkiste slice and splice rein damit da ist noch zu filteren und du kriegst gerade im moment keinen saft sehe ich das richtig sehe ich das richtig ja verdammt ach ja ok ich habe doch die richtige karte genommen genau rf tunnel p2p muss jetzt tatsächlich noch mal alle konfigurieren ich dachte im moment haben wir noch nicht allzu viel drin das ist natürlich auch ein vorteil aber richtig angeschlossen ist ja noch ja hätte ich schon gesagt weil da drüben haben wir nicht genau so dann machen wir mal shift rechte maustaste successfully saved settings und dann müssen wir überlegen in welche richtung auch output vielleicht war es das schon ah jetzt fließt ein bisschen rf aber nicht genug ein bisschen was fließt aber ich hätte gesagt das fließt hauptsächlich hier hin ah jetzt habe ich es eh schon verkonfiguriert da lang da lang habe ich das noch irgendwo anders bisher im einsatz gehabt ich glaube nicht ich glaube so dann gehen wir noch mal zu unserem maschinenpark nehmen wir dich auch gleich mal mit da stehst du auch bloß wieder da wie die queen von england völlig sinnbefreut ja ok das ist das gegenstück dazu ok na komm hol dir den kanal online online jetzt lädt er ok dann packen wir die andere energie ziel auch mal hin wobei braun tun wir es eigentlich nicht aber naja gut so so du lädst du lädst du lädst und irgendwo hatte ich noch mal eine hingestellt glaube ich moment da haben wir noch einen genau so so brauchen wir dich überhaupt noch da ich glaube nicht gut und dich brauchen wir eigentlich auch nicht mehr das im e drive hier kriegt den saft und zeige ich mir gerade selber ein bisschen äh ok du hast noch die kiste im weg blöd ich habe mich hier verhangelt na gut so komm her gut jetzt kommen wir raus so und hier haben wir noch eine einzige platte drin die nehmen wir jetzt auch mal raus bauen das teil ab bauen das teil ab das lassen wir noch mal dran wie sieht es mit euch aus du bist leer oh cool die beiden caches sind leer so dich können wir abbauen dich können wir abbauen dich können wir abbauen dich können wir abbauen da haben wir noch ein bisschen kabel weg 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 so sammeln wir mal was noch ein was hier rum liegt gut ich glaube ich habe alles oder ich denke schon packen wir mal hier in irgendwelche kisten rein komm weg 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 so die platte müssen wir noch hinten reinstecken das darf ich nicht vergessen sonst fehlen mir wieder irgendwelche items die beiden energiezellen sind fast voll so da haben wir die einzelnen da haben wir die me drives das me drive mit den ganzen kleineren platten genau ok das passt das könnte man theoretisch nochmal irgendwann sortieren ich weiß natürlich nicht ob das wirklich dringend notwendig ist aber wir könnten erstmal machen so und dann ein observatory soweit werde das dann angeschlossen wir hatten doch noch irgendwo genau peer to peer tunnel me und einen rf habe ich ja noch hier einstecken jetzt ist die frage haben wir da drüben noch platz haben wir da drüben noch platz habe ich da schon verkabelt jo da habe ich schon ein bisschen verkabelt cool ein bisschen das ist cool so aber dann können wir nämlich auch hier noch geh mal weg ku geh weg ähm mich hat es tierisch auf die schnauze wenn ich da jetzt runtergehe oder? ach ja und ich kann natürlich bitte nicht mehr abwohnen ähm dumm 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 und dann machen wir da müssen wir hin gut okay so da müssen wir hin gut baublöcke auch ein ganzes vier stück wahnsinn so weg weg ja natürlich jetzt wieder dämlich aber egal Cobblestone ist Cobblestone so hier brauchen wir jetzt einfach mal Strom haben wir hier schon irgendwas belegt einer von 32 der kommt von da drüben bzw. nein der kommt von da und geht nach da gut jetzt müssen wir dann natürlich noch ein Kabel rüber ziehen habe ich noch irgendwas was habe ich denn kabelmäßig überhaupt noch da? was habe ich denn kabelmäßig noch da? brauchen wir da ein Dance Kabel? ne aber das war ein weißes ne? white ne ne seh ich überhaupt noch alles? ja sieht eigentlich ganz gut aus schauen wir mal auf den Dance nö ich habe ja gesagt kein Dance ähm Kabel Smart Kabel Black einmal dahin Bohnen Bohnen na machen wir den mal 3 1 2 3 das da brauchen wir nicht das da das reicht uns das da ja aber da haben wir auch schon wieder zu viel einstecken äh die brauchen wir auch gerade nicht die Magenta brauchen wir auch nicht so okay dann haben wir einen Peer to Peer Tunnel RF und dann haben wir hier noch einen Peer to Peer Tunnel MI mit einem Memory Card und einem Item Frame können wir das doch mal anschließen in in der Richtung so jetzt müssen wir erstmal das Kabel hier ziehen so bisschen verbunden ja sparen wir uns ein bisschen Kabel genau weil 8 Peer to Peer Tunnel bis dahinter zu ziehen empfinde ich als etwas übertrieben so dann machen wir hier zuerst mal den dahin dann machen wir den dahin machen wir mal hin mach mal so dann dann brauchen wir Peer to Peer Tunnel RF den müssen wir konfigurieren RF Tunnel zack Successfully Loaded Settings und dann kommt der Peer to Peer Tunnel MI hier hin und dann brauchen wir hier die entsprechende Memory Card Peer to Peer Tunnel genau so Successfully Loaded Settings und einmal abstürzen so bauen wir uns hier nochmal ein Stückchen weiter rüber dann können wir das Kabel auch schön da da Item Frame Peer to Peer Tunnel klick klick so das RF behalten wir noch einmal dann können wir jetzt hier nämlich das Stromkabel hochlegen so und dann müssen wir jetzt eigentlich schon Saft auf der Leitung haben und dann wenn wir ins Observatory gehen können wir uns hier mal durch Mogeln können hier mal ein bisschen auslagern so und können hier mal dich mitnehmen genau bauen wir das auch gleich mit um da hin einen noch höher dann die Farm drauf und dann packen wir hier ähm komm komm Kuh geh weg dann mach es mal so so No Seeds weiß ich packen wir dich mal da hin Strom kriegst du eine Diamond Hole kriegst du auch okay wir brauchen noch ein paar Seeds aber dann hätte ich gesagt sieht das auch schon mal gut aus und Seeds haben wir ja noch da Seeds 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 eigentlich müssen wir da drüben noch ein bisschen abbauen weil die brauchen wir auch noch Aua 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 Okay haben wir haben wir also weiter zurück Stehe noch nicht oh daneben ist immer richtig alles noch gut gegangen so dann packen wir mal hier die da da rein die da die da Lok 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 so so und die Kühe werden gleich mal weggeführt hab ich hätte ich gesagt so und was wir auf jeden Fall noch brauchen ist dann noch Wasser aber das kriegen wir auch noch schau mich nicht so an schau mich nicht so an okay 5 oh das ist wegen Blüten im Wasser aber irgendwie kriegen wir das noch in den Griff zur Not müssen wir da ein bisschen uns versuchen irgendwie Gartensäule zu besorgen was gar nicht so einfach ist aber okay auch das würden wir irgendwann hinkriegen im North East das müsste eigentlich hier sein wenn ich jetzt hier wegschlage okay eigentlich ein bisschen die falsche Ecke aber okay so dann packen wir die Enderle die Seeds noch da rein und dann die anderen Seeds da rein gut ah da sind sie vollständig sehr gut kann aber sein dass wir die dann hier auf irgendeine andere Farm noch umziehen weil ich hatte vor eigentlich noch ein paar mehr zu bauen so äh da so jetzt bist du aber voll jetzt bist du aber voll okay dann jetzt brauchen wir noch Wasser und dann ist es gut ja ich habe keine Ahnung wie lange wir jetzt schon aufnehmen hier aber das macht auch nichts Farm ist auf jeden Fall schon mal grob umgezogen da kommt jetzt dann unten drunter noch ein kleines Käbelchen wo wir dann die Sachen quasi aus der Farm rausziehen ach du bist ganz drunter okay äh da ziehen wir dann noch die Items aus der Farm raus ist kein allzu großes Drama kriegen wir relativ locker in den Griff ähm ich werde wahrscheinlich bis zum nächsten Mal das sicher abbauen und irgendwo anders hin ziehen weil das ist jetzt die ganze Zeit im Weg genauso wie hier die Sachen werden wir auch noch irgendwie umziehen hm ok und dann kriegen wir hier aber langsam aber sicher mal ein bisschen lockeres Leben rein hoff ich mal schwögend tja hier sieht noch gut aus ah irgendwas war mit der Gartenzoll und ich glaube da konnten wir gar nicht so leicht herstehen irgendwas war da irgendwas war da können wir gleich nochmal gucken das Ding ist mittlerweile so schnell geworden warum hattest du eigentlich gar nicht mehr abgebot ah ich glaube ich weiß warum du nicht mehr abgebot hattest du hattest keinen Saft mehr ok so dann packen wir das Zeugs mal da rein zack zack genau die Seeds noch rein die Seeds rein die Seeds rein die Enterprise packen wir ein zweimal rein die Blümchen hier auch und dann haben wir es auch wieder aufgeräumt dort weg ist er wie sieht es aus wie sieht es aus wie sieht es aus war es das schon ach ist hier wieder lächerlich ist hier wieder lächerlich was dabei rauskommt so gut wie gar nichts aber gut ähm nachdem wir jetzt da drüben die Farben ein bisschen größer haben finde ich ja ganz cool ähm kann man da ein bisschen mehr machen außerdem haben wir hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf weitere doch fünf sind es fünf sind es genau fünf Farmen kann man hier noch mit aufsetzen müssen wir natürlich noch ein paar Farming Stations bauen aber ok mein Gott bauen wir halt noch ein paar weil irgendwie eine Baumfarme hätte ich schon auch ganz gerne aber da können wir genauso die von NIO nehmen ist überhaupt kein Problem ja und dann sollte man uns mal irgendwann mal wieder mal um unsere Quests kümmern hm hm langweilig machen wir nicht gleich so da haben wir noch einen äh da so packen wir den auch da rein dann ist auch aufgeräumt ok ja bis es soweit es natürlich fertig ist ist eine gute Frage und den Culinary Generator hatte ich den ich hatte glaube ich nämlich noch keinen wenn ich mich recht entsinne noch nicht einmal als Reward Solar High Temperature Nether Heated Pink Lava Survivalist Furnace TNT Ender Generator ne hat man noch keinen tja blöd müssen wir uns einbauen weiß ich nicht ob das nicht läuft im Moment ist es eigentlich mit Energie kein allzu großes Problem ok irgendwo haben wir auch noch eine Bedrockium Drum mit Steam glaube ich voll irgendwo haben wir noch glaube ich noch eine das ist eine leere Bedrockium Drum da haben wir noch welche mit Lava gefüllt haben wir noch ganz viel Material rumliegen müssen wir so nach und nach ein bisschen damit arbeiten hm und wie gesagt ins Questbuch müssen wir auch mal gucken was ist denn da momentan so aktuell dass wir uns mal einen Überblick verschaffen was wir vielleicht nächstes mal machen Click to Show Quests Lost in Space da fehlt uns nur noch das da oh Wither Fight hahaha da haben wir noch was schönes vor uns und hier haben wir noch imbues Flask of Experience müssen wir uns noch machen naja ok gut das ist glaube ich nicht ganz das Problem Big Toy das wird ein bisschen größer das Problem nämlich der da und der da hier halt der da hier der Zap-Tabbel wird noch ein bisschen ein Problem werden denn tja das dauert halt bis wir so viel Material besser machen Wither müssen wir noch töten da haben wir noch ein bisschen was was wir noch machen müssen aber eigentlich also es wird ja langsam es wird ja langsam und wir werden eben bei Lost in Time da haben wir noch ein Killer Show Energy Distributor den End der Energy Distributor müssen wir noch bauen ok ich glaube wir haben noch genügend zu tun oder? was haben wir hier? ja wir haben noch genügend zu tun Torture Arena müssen wir uns auch noch bauen dann haben wir noch Community Special Areas vielleicht machen wir das nächste Mal eine Community Special Area aber das machen wir mal wieder ein bisschen Abwechslung in den ganzen Laden hier reinbringen Secrets wie gesagt wir haben eigentlich alles erledigt da fehlt uns noch irgendwas was wir nicht sehen das werden wir auch noch nicht sehen und bei Chemistry haben wir eigentlich nur noch hier ein paar Quests übrig die da unten weil das da oben können wir nicht herstellen oder? können wir Bedrock herstellen? was meint ihr? ich glaube nicht das würde mich sehr stark wundern Bedrock so herstellen nein, können wir nicht kein Rezept nö, kein Rezept können wir auch kein Bedrock herstellen können wir die Quests also nicht machen na gut vielleicht machen wir noch einen Culinary Generator ich bin nachher überlegen ähm ob wir uns noch einen schönen Culinary Generator machen weil schwierig ist das Teil ja eigentlich so nicht der hier ist schon ein bisschen schwieriger vor allem wegen der Transfer noch hier da brauchen wir einen QED und da haben wir wieder einiges zu tun Redstone haben wir eigentlich genug dafür äh, da brauchen wir einen Bedrock hier im Ingrid äh, äh kann man aus dem Bedrock hier im Ingrid vielleicht Bedrock herstellen? Molten Bedrock hier kann man zu Barren gießen? nein, kann man nicht so herstellen gut, wäre auch zu schön gewesen naja wie gesagt nächstes Mal schauen wir uns mal wieder eine Community Special IO Area einfach das mal ein bisschen Abwechslung reinbringen weil jetzt haben wir hier so viel umgebaut jetzt wird es noch Zeit mal wieder was anderes zu machen bis dahin würde ich sagen wenn es euch gefallen hat gebt mir noch einen Daumen nach oben ein Like und plus eins ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben die lese ich gerne mehr Antwort ich gerne ansonsten könnt ihr gerne auf dieses Video klicken da könnt ihr mich abonnieren ihr könnt gerne auf die Videos drum herum klicken da seht ihr andere Sachen von mir oder von uns bis dahin bleibt mir noch eins zu wünschen habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin macht's gut tschüss